Musik Sie seien unschlagbar, glaubten viele. Männer der Wehrmacht. Es wurde uns eingebläut. Ihr seid die besten Soldaten der Welt. Und nach den vielen Erfolgen glaubten wir selber, wir sind die besten Soldaten der Welt. Dann fällt die Wehrmacht ein in die Sowjetunion. Und nichts ist mehr wie zuvor. Ich bin nach dreiviertel Jahren der Letzte in meiner Kompanie gewesen, die in Russland einmarschiert ist. Von 240 Mann. Nur noch Schatten ihrer selbst. Was war geschehen? Was brachte die Wende des Krieges? Das Schloss Trent Park in England. Hier sind hohe deutsche Offiziere interniert. Sie fühlen sich unbeobachtet. Und auch sie rätseln über das Desaster in Russland. Die Russen haben uns den Nimbus der Unbesiegbarkeit genommen. Wir haben die Blüte unserer Volkskraft geopfert. Und die besten Divisionen liegen unter der Erde. Es ist ganz richtig, was die englische Zeitung sagt. Wir haben einen derartigen Größenwahn bekommen. Die sagen, ihr seid Arschlöcher. Ihr seid größenwahnsinnig geworden. Ihr habt wie die größten Hasardeure alles auf eine Karte gesetzt. Und diese Karte hat in Russland nicht gestochen. Und es war alles so schön. Es war alles so wunderbar, tadellos. Und mit dem Scheiß... In Russland ging es bergab. Zwei Leute haben nicht gewusst, dass es in Russland kalt wird im Winter. Der eine war Napoleon Bonaparte. Der andere der Führer, die Dilettenten-General. Aber sonst jeder. Die gefangenen deutschen Offiziere wissen nicht, dass der britische Geheimdienst jedes ihrer Worte mithört. Inzwischen sind die geheimen Protokolle freigegeben. Der Historiker Sönke Neitzel hat sie ausgewertet. Nie sprachen Offiziere der Wehrmacht so offen. Wie sie den Krieg wahrgenommen haben, wie sie das Scheitern des Russlandkrieges wahrgenommen haben, das ist hochspannend hier nachzuvollziehen. Und besonders interessant ist, dass sie ganz früh in Trennpark begonnen haben, alle Verantwortung von der Wehrmacht wegzuschieben und auf Hitler zu schieben. Hitler sollte der Schuldige sein. Sämtliche Führer und Leute, die irgendwas davon verstanden. Ob das Wirtschaftler waren oder Militärs, die haben alle davon abgeraben. Von diesem Angriff auf Russland. Sie sagten, es kann ja nicht gut gehen. Man kann gegen Russland keinen Blitzkrieg führen. Das sind natürlich Rechtfertigungsversuche in der Gefangenschaft, die diese Generäle hier vorgenommen haben. Wenn wir in andere Quellen schauen, dann erkennen wir ganz eindeutig, dass dieser Krieg in Russland auch und gerade der Krieg der deutschen Generalität gewesen ist. Und dass Hitler sie nicht in diesen Krieg treiben musste. Dass sie selber diesen Krieg wollten. Und zwar so, wie er geführt worden ist. 21. Juni 1941. Der Überfall auf die Sowjetunion steht kurz bevor. Das Unternehmen Barbarossa. Ein schicksalhafter Moment. Hans Erdmann Schönbeck hatte sich von der Schulbank weg zur Panzertruppe gemeldet. Die Aufregung war doch erheblich groß bei uns allen. Für mich natürlich besonders. Ich war 18, das war mein erster Einsatz an der Front. Und dann ging ein mörderisches Trommelfeuer von uns auf die russischen Linien lösen. Eine Kanonade, die man sich nicht vorstellen kann. Und der ganze Horizont ging in Flammen auf. Und dann hieß es auch schon Anfahrer. Heinz Otto Fausten ist damals Panzergrenadier. Auch für ihn ist es die erste Begegnung mit dem Krieg. Und ich weiß noch, dass wir keine fünften Minuten drüben waren. Da war der erste Grabmelder von uns schon verwundet. Sie ziehen in einen Krieg wie keinen zuvor. Einen Vernichtungskrieg. Überfall auf einen überrumpelten Gegner. Die Nazi-Propaganda hatte den Lanzern weisgemacht, sie kämen einem bevorstehenden sowjetischen Angriff zuvor. Eine Lüge, nicht die einzige. Wir waren ja auch völlig falsch orientiert. Jungs, so wie bisher, krempeln wir die Ärmel auf. Und dann fahren wir innerhalb vier Wochen nach Moskau. Das wussten wir alle nicht, ob das gehen würde. Deswegen war uns mulmig. Auf einer Front von 1500 Kilometern fällt die Wehrmacht in die Sowjetunion ein. Mit mehr als drei Millionen Mann. Ein Blitzkrieg soll es werden. Die Rote Armee schon in der Nähe der Grenze zerschlagen, Moskau dann innerhalb von acht Wochen eingenommen werden. Zahlenmäßig ist die Wehrmacht der Roten Armee weit unterlegen, bei den Panzern im Verhältnis 1 zu 5. Der Angriff eine Wahnsinnstat? Oder ein kalkuliertes Risiko mit Chance auf Erfolg? Das jedenfalls meint der britische Historiker Richard Overy. Manchmal wird gesagt, dass Hitler den Krieg in dem Moment verloren hatte, als er die Sowjetunion angriff, aber hinterher ist man immer klüger. Wir kennen das Ende 1945, doch das war 1941 alles andere als vorhersehbar. Damals rechnete die ganze Welt mit einer sowjetischen Niederlage. In Washington gab Präsident Roosevelt den Russen höchstens ein paar Wochen. Wenn die Wehrmacht die französische Armee in sechs Wochen besiegen konnte, was sollte ihr die Rote Armee da entgegensetzen können? Dies ist der größte Trumpf der Wehrmacht. Die Panzertruppe war damals die modernste der Welt. Vor allem ihr war der Sieg über Frankreich im Jahr zuvor zu verdanken. Sie gilt als Eliteverband. Manfred Goussouwius war mit 21 Jahren Panzerkommandant. Wir hatten schon ein bisschen so das Gefühl, die Garde Kavalerie moderner Art zu sein. Das wurde uns auch ein bisschen nahegelegt, nicht? Es war etwas nach dem Motto, so ein bisschen, naja, wir waren schon etwas Besseres, nicht? Er hatte die Panzertruppe der Wehrmacht aufgebaut, Heinz Guderian. Kein Nazi, aber glühender Antikommunist. Nicht nur Stratege, sondern auch Frontgeneral. Er war immer vorne mit dabei und tauchte überall auf. Insofern war er geachtet, aber auch manchmal gefürchtet, weil er nämlich unverblümt auf die Finger klopfte. Seine Soldaten nennen Guderian auch den schnellen Heinz. Er führt einen Stoßkeil Richtung Moskau. Guderian hatte die richtige Taktik als Parole ausgegeben. Wir waren einfach schnell. Wir konnten bis zu 120, 150 Kilometer ohne Kampf natürlich am Takt zurücklegen und waren dadurch immer da, wo man uns nicht erwartet hatte. Wir waren beweglich und konnten uns miteinander unterhalten durch Kehlkopfmikrofone. Das war ein Riesenvorteil für die deutsche Panzerwaffe, weil wir ruckartig in andere Richtungen umdirigiert werden konnten. Und wir hatten auch den Befehl, wenn wir Widerstand gebrochen hatten, völlig unabhängig von der seitlichen Rechts- und Linksbedrohung tief in das Feindesland vorzustoßen. Die Wehrmacht war absolut auf ihrem Höhepunkt. Sie hatte sich vorbereitet, hatte ihre Kampfkraft erprobt. Diese außergewöhnliche Kombination aus Panzern, Geschützen und Flugzeugen war buchstäblich nicht zu stoppen. Nicht kleckern, sondern klotzen ist Guderians Devise. Mit seinen Panzerkeilen die Verteidigung der Roten Armee aufbrechen, im Verbund mit Artillerie und Luftwaffe. Dem Gegner einkesseln und dann zerschlagen. Würde Stalins Reich zerbrechen oder vorher verhandeln? Nur dann kann der Blitzkrieg gelingen, das wissen die Wehrmachtstrategen. Im Sommer 1941 kämpft sich die Wehrmacht von Sieg zu Sieg. Sie bekamen kaum Zeit zum Nachdenken. Das erste Nachdenken passierte ungefähr drei Wochen, nachdem wir immer nur vormarschiert sind, immer nur in Gefechte verwickelt waren. Ich hatte einen Freund in der Kompanie und da haben wir darüber gesprochen. Was ist das? Wie ist das mit den Russen? Stimmt das, dass die in ein paar Wochen fertig sind? Und uns war klar, das stimmt nicht. Die Propaganda, von denen wir dieses und jenes hörten, stimmte nicht. Wir haben gesehen, wie zäh, unglaublich opferbereit, der russische Soldat uns gegenüber war. Zweieinhalb Jahre hat ein Lanzer jetzt noch zu leben, statistisch. Praktisch aber kann jeder Tag der letzte sein. Auf einmal kam der Ruf, Gruppe Fausten nach vorn. Und ich habe mich nicht gemeldet. Und mein Freund Eckhardt rief, wir kommen. Der Befehl, ein Widerstandsnest in einem Dorf zu nehmen. Wir lagen ungefähr 20 Meter davor, als wir eingedeckt wurden mit Handgranaten. Eine, die fiel neben dem Eckhardt und explodierte. Der schrie. Ein Mann, der rechte MG-Schütze, kam vorbei und sagte, ich bin verwundet und hatte die Hand nur noch an Fasern hängen. Und riss sich die Hand ab und sagte, ich muss zurück. Ich war allein dann übrig, der noch schießen konnte, als die Russen zum Gegenangriff antraten. Und ich konnte mich also gerade noch zwischen Russen durch, nach rückwärts retten. Seinen Freund Eckhardt kann Otto Fausten nicht mit zurücknehmen. Ich habe dann einen vollkommenen Zusammenbruch gehabt. Denn vom Dorf her rief immer noch mein Freund, Otto. Otto. Da hat der Kompaniechef, der unser Verhältnis kannte, einen Schützenpanzer beordert. Holt ihn raus. Die sind nach vorne gefahren. Nach zehn Minuten kam nur noch der Unterzieher, der Sanitäter, sagt, der Waren ist hin. Die Übrigen sind tot. Teure Siege. Fast 60.000 deutsche Soldaten fallen in den ersten sechs Wochen des Feldzugs. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Professor Bernd Wegner ist Mitherausgeber des wissenschaftlichen Standardwerks zum Russlandfeldzug. Kaum jemand hat den Krieg der Wehrmacht im Osten so intensiv erforscht. Die Verlustzahlen waren wesentlich höher als angenommen. Die Verschusszahlen der Munition waren wesentlich größer. Der Verschleiß an Ausstattung, an Ausrüstung, an Waffen war wesentlich größer. Und all das brachte die Ausgangsdaten, widerlegte die Ausgangsdaten und brachte darum das gesamte System eigentlich zum Einsturz. Was jetzt tun? Die Generäle wollen alles auf Moskau konzentrieren. Doch Hitler entscheidet anders. Guderian muss mit seinen Panzerdivisionen nach Süden einschwenken, in die Ukraine. Die Rohstoffbasis und Kornkammer der Sowjetunion. Sie soll abgeschnitten werden. Hinter Kiew schließt die Wehrmacht Mitte August 1941 mehrere sowjetische Armeen ein. Drei Wochen dauern die Kämpfe. Dann ist der Sieg komplett. Ein Sieg mehr. Wenn es dann hieß, wir haben es geschafft, das war eine unerhörte Erlösung innerlich. Für mich war überwältigend, diese gefangenen Schlangen an uns vorbeiziehen zu sehen, das hat mich unerhört beeindruckt. Mit dem Gefühl, das möchtest du selber nie erleben müssen. Und auch mit dem Gefühl, die armen Kerne. Rotarmisten sind in den Augen der Wehrmachtführung keine Kameraden. Ein Ausdruck des Rassenwahns. Die Russen merkten, dass sie von deutscher Seite als minderwertig und als nicht menschlich behandelt wurden. Das kann ich. Wenn ich das leugnen würde, würde ich lügen. Die Behandlung der russischen Gefangenen für viele Wehrmachtsoldaten ein Tabu bis heute. Die Offiziere in englischer Gefangenschaft reden offen darüber. Der Rüttransport der Russen nach den Kesselschlachten war ja grauenhaft. Also, grauenhaft. Wirklich. Ich habe so einen Transport erlebt. Auf den Stationen schorten die Russen aus diesen schmalen Luken heraus und brüllten Brot. Gott wird euch segnen. Da kamen Kinder und brachten ihnen Kürbisse. Die Kürbisse wurden hineingeworfen. Und dann hörte man in dem Waggon nur noch ein Gepolter und ein tierisches Gebrüll. Da haben sie sich wahrscheinlich gegenseitig erschlagen. Ich war fertig und fragte den Wachfeldwirbel, ja, habt ihr denn nichts zu fressen? Er sagte zu mir, Herr Oberstleutnant, woher sollen wir was haben? Ist ja nichts vorbereitet. Nein, nein, tatsächlich. Das sind ja unvorstellbare Gräuel. Zum Teil sind die Gefangenen ja auch zu Fuß zurückgeführt worden. Ich bin die Strecke oft gefahren. Die Straßengräben waren voll von erschossenen Russen. Also, es war grauenhaft. Für immer haben wir uns den Namen Hunnen erworben. Man schämt sich tatsächlich. Nie vorher und nie nachher haben sich deutsche Generäle so reflektiert, so offen, so kritisch über die Massenverbrechen an sowjetischen Kriegsgefangenen geäußert. Und das Besondere ist ja, dass sie ganz klar Ross und Reiter benennen. Sie sagen, die Wehrmacht ist schuld an diesen Verbrechen. Es war die Verantwortung der Wehrmacht. Mindestens zweieinhalb Millionen gehen zugrunde. Die meisten an Hunger oder Krankheiten. Fast dreieinhalb Millionen Gefangene macht die Wehrmacht allein bis Herbst 41. Das Sowjetreich stehe kurz vor dem Ende, meinen Hitler und die Heeresleitung. Der deutsche Vormarsch beraubte die Sowjetunion natürlich gewaltiger Ressourcen. Sie verlor gut 60 Millionen Menschen und etwa zwei Drittel ihrer Industrie- und Rohstoffbasis. Die Rote Armee war am Boden. Die allermeisten Staaten hätten in einer derartigen Lage kapituliert. Deshalb war Hitlers Meinung durchaus begründet. Was er unterschätzt hatte, war die Tatsache, dass das sowjetische Volk und das sowjetische Regime einfach nicht aufgeben wollten. Es ist Herbst, als die Wehrmacht den verschobenen Angriff auf Moskau wieder aufnimmt. Nach dem Blitzkriegsplan sollte der Feldzug eigentlich längst gewonnen sein. Die Kettenfahrzeuge kommen noch vorwärts. Doch die Wehrmacht besteht nicht nur aus Panzern. Der größte Teil sind Infanteristen. Kaum besser dran als ihre Väter im Ersten Weltkrieg. Und die Artillerie ist meist wie zu Kaiserszeiten Pferdebespannt. Karl Gottfried Vierkorn war damals 20 Jahre alt und Führer eines Geschützgespanns. Die armen Viecher, die am wenigsten für den Krieg konnten, am geduldigsten waren, die mussten am meisten leiden. Und unsere Veterinäre, die rasten nur auf den riesenlangen Marschkolonnen auf und ab, immer mit einer Spritze in der Hand, um die niedergefallenen Pferde wieder aufzukriegen. Es war furchtbar. Der russische Winter kommt 41 früher als sonst. Und er ist kälter. Da funktionierten keine Gewaffen mehr. Die russischen Kalaschnikows gingen alle. Die russischen Geschütze schossen, die Motoren sprangen an von ihren LKWs und bei uns nichts. Wir waren auf diese Kälte gerade nicht eingestellt. Kalt erwischt. Bei Temperaturen bis zu 40 Grad unter Null. Ich habe in dem furchtbaren Winter eine Geschützbesatzung gesehen. Die war erstarrt in der Position, mit der sie geschossen hatte. Die knieten hinter der Kanone. Drei, vier Mann. Zu Eisklumpen erstarrt. Die Ausfälle der Wehrmacht durch Erfrierungen sind jetzt höher als durch den Gegner. Nichts geht mehr. Ein Jahr später erzählt ein General in britischer Gefangenschaft Ungeheuerliches. Da sind die Schwerverwunderten den Güterwagen auf Stroh gepackt worden. Und am nächsten Tag waren sie alle erfroren. Tod? Tod. Weil die keine Waggons hatten, wo überhaupt eine Heizung drin war. Auch an Kleidung. War überhaupt nichts da. Die Panzerleute sind mit ihren Sonntags-Ausgehschuhen dahergekommen. Wir haben jeden toten Russen die Filzstiefel ausgezogen. Jeden Toten den Rock ausgezogen. Die Armee muss die Leichen der Gegner fleddern, weil die eigene Heeresleitung nicht rechtzeitig für die Winterausrüstung der Soldaten gesorgt hatte. Ein Desaster, das nicht Hitler, sondern die Wehrmacht selbst zu verantworten hat. Für den Fall eines Scheiterns der Blitzkriegsstrategie gab es keinen Plan B. Die Blitzkriegsstrategie musste funktionieren oder der deutschen Kriegführung war ihre strategische Grundlage entzogen. Und dieser Umstand macht das Scheitern des Blitzkrieges im Herbst 1941 zu einer solchen, aus Sicht der deutschen Kriegführung, zu einer solchen Katastrophe. Der Siegesrausch ist vorbei. Für die Soldaten der Wehrmacht hat ein Albtraum begonnen. Die Nächte waren das Schlimmste. Die Zeit verging nicht. Dann stößt man den Nachbarn und sagt, bist du überhaupt noch da? Bin ich noch da? Oder was? Es war furchtbar. Die Läuse kratzten uns. Je näher sie ans Feuer kamen, umso lebendiger wurden die. Denn wir hatten ja alle Läuse, wir konnten sie ja wochenlang nicht waschen. Und so weiter und so weiter. Der einzige Lichtblick, Grüße aus der Heimat. Ich bekam Post und dann war eine Karte drin meiner Mutter mit guten Wünschen für das neue Jahr und für Weihnachten. Und ein Marmorkuchen, mein Lieblingskuchen. Also alles Dinge, die Nahrung für Körper und Seele waren. Und von den paar Süßigkeiten, die drin waren, habe ich alles verteilt an die Leute. Dann haben wir jedes Wort meiner Mutter auf der Karte vorgelesen. Und da war... Da war alles mucksmäuschenstill. Dass es außerhalb dieser furchtbaren Katastrophe, von der sich kein Mensch vorher ein Bild machen konnte, noch etwas auf der Welt gab. Gibt es noch Weihnachten? Gibt es noch einen Tannenbaum? Gibt es noch eine Bescherung? Gibt es noch eine Christmette? Gab es das alles mal auf der Welt? Oder ist das bloß eine Illusion, die wir noch haben? So etwa. Dem Ziel so nah. Und doch so unerreichbar fern. Da habe ich plötzlich in der Morgensonne durchs Scherenfernrock die goldenen Turme des Kremls gesehen. Die haben da so aufgeleuchtet und geblitzt. Das war ein fantastisches Bild. Und vor allen Dingen, das hat einem das Gefühl gegeben, Mensch, du bist unmittelbar davor. Menschenskinder, wir haben es nicht mehr weiter oder so ähnlich nicht. Tja, und das war es dann auch. 5. Dezember 1941. Panzerspitzen der Wehrmacht stehen vor Moskau. Wir sind dann bis 10 oder 12 Kilometer vor Moskau herangekommen. Da musste ich mein Fahrzeug sprengen und von da aus ging es zu Fuß zurück. Der sowjetische Gegenangriff. Frische, ausgeruhte Skijäger-Divisionen, die Stalin aus Sibirien hatte verlegen lassen, um Moskau zu verteidigen. Es gab nur noch eins, Flucht nach links, weg von der Straße, durch den hohen Schnee. Und von hinten die Skiläufer, die Panzer. Wir sind gelaufen. Und dabei habe ich die 08 rausgezogen und habe gedacht, wenn du jetzt verwundet wirst, dann ziehst du sofort die Pistole und hältst sie dir an den Kopf. Es sind mehrere hinter mir liegen geblieben, die wurden mit Bayonett umgebracht. Die sind vielleicht 15, 20 Mann gewesen, die den Waldrand erreicht haben von den 300. Panik bei den deutschen Einheiten. Zum ersten Mal ist die Wehrmacht geschlagen. Dass wir Moskau nicht einnehmen konnten, war eine riesen Enttäuschung. Für den Ehrgeiz der Truppe, unter dem Motto, das schaffen wir schon, aber das hatten wir eben nicht geschafft. Das gab es bis dahin ja fast für eine Panzerdivision nicht. Und das machte selbstverständlich nachdenklich. Hitler befiehlt, halten um jeden Preis keinen Schritt zurück. Er übernimmt jetzt selbst das Oberkommando über das Heer, entlässt alle führenden Generäle der Ostfront. Selbst Heinz Guderian, den Panzergeneral. Der hatte gewagt, seine Einheiten gegen den Befehl Hitlers ein Stück zurückzuziehen. Dafür muss er nun gehen. Bedauern bei seinen Untergebenen. Man sagte, wie kann man einen solchen Fachmann wegen kaum nachvollziehbarer Gründe, wie kann man so einen ablehnen? Also das war schon ein Schlag gegen die traditions- und selbstbewussten Panzerleute. Ne? Das hat uns nicht gefallen. Februar 1942. Zum ersten Mal ist die Wehrmacht in der Defensive. Und bekommt nun ihre eigene Medizin zu kosten. Bei Demjansk in der Nähe des Ilmensees werden sechs deutsche Divisionen von der Roten Armee eingeschlossen. 95.000 deutsche Soldaten abgeschnitten. Versorgt werden sie nur noch aus der Luft. Die Niederlage lediglich einer Frage der Zeit. Außerhalb des Kessels, 35 Kilometer von den Eingeschlossenen entfernt. General Walter von Seidlitz-Kurzbach trifft ein. Er hat den Befehl, den russischen Kessel aufzubrechen. Walter von Seidlitz, ein adeliger eigener Art. Er hat keinen Unterschied gemacht zwischen dem Postboten und dem Grafen so und so. Das lag ihm nicht. Er hatte allerdings ein starkes Pflichtgefühl. Das habe ich auch als Kind gemerkt. Und dass man auch, wenn man aus so einem alten Adelsgeschlecht kommt, dass man auch ziemlich viel Verantwortung eigentlich trägt. Und dass man der auch gerecht werden muss. So ist er eigentlich aufgewachsen. Von Seidlitz entstammt einer der traditionsreichsten preußischen Offiziersfamilien. Heinrich Graf von Einsiedel lernt den General 1943 kennen. Seidlitz war ein tapfer, aufrechter, klar denkender Soldat. In militärischen Dingen klar denkender Soldat. Politisch nahm vollkommen ungewildet. Seidlitz hat zu mir selber gesagt, mir war an Hitler nichts aufgefallen als schlecht sitzende Uniformen und schlechte Tischmanieren. Seidlitz wird einer der wenigen Wehrmachtgenerelle sein, die sich offen gegen Hitler stellen. Doch noch ist es nicht so weit. Am 20. März 1942 befiehlt er den Angriff auf die sowjetischen Stellungen bei Demjansk, das Unternehmen Brückenschlag. Vier Wochen später hat sich die Stoßgruppe zu den Eingeschlossenen durchgekämpft. Und Walter von Seidlitz ist der Held des Tages. Das war für Seidlitz natürlich ein ganz großer operativer Erfolg, zweifelsohne. Aber er hat sich durchaus fatal ausgewirkt, weil man im Oberkommando der Wehrmacht, beim Oberkommando des Heeres nun glaubte, auch eine größere Armeegruppe aus der Luft versorgen zu können. Und dieser Glaube, dieser Irrglaube, der sollte sich 1942 noch fatal auswirken. Frühjahr 1942. Immer neue Wehrmacht-Einheiten kommen nach Russland. Doch diese Bilder täuschen. Bis März 1942 hat die Wehrmacht eine Million Mann verloren. Vor allem fehlt es an Frontoffizieren. Da hat mich der damalige Kompaniechef zu sich kommen lassen und hat gesagt, also wenn sie sich bewähren, können sie Offiziersanwärter werden. Ich habe das dann in meinem Fahrzeug mitgeteilt, worauf unser Fahrer einen Schreianfall bekam und sagt, wir fahren von Deutschland an bis hier oben hin und jetzt kommst du und erklärst, jetzt müssen wir uns bewähren. Die normale Laufzeit in Russland eines Panzerkrenadierleutnants waren elf Tage. Dann war er weg. Trotzdem soll die Wehrmacht nun nach Hitlers Willen den Sieg erzwingen. Die russischen Ölvorkommen am Schwarzen Meer erobern und die Stadt Stalingrad an der Wolga. Zur gleichen Zeit. Operativ war diese Entscheidung eine Katastrophe. Sie bedeutete die Halbierung der Angriffskraft und machte darum das Scheitern in jedem Falle vor Stalingrad wie im Kaukasus eigentlich wahrscheinlicher. November 1942. Stalingrad ist weitgehend von der Wehrmacht besetzt. Erneut startet die Rote Armee eine Gegenoffensive. Jetzt nutzen die Sowjets dieselben Taktiken, durch die sie anfangs so verheerende Niederlagen erlitten hatten. Die Rote Armee hatte von der Wehrmacht gelernt. Die Russen hatten gelernt, genauso zu kämpfen wie die Deutschen. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass die Soldaten der Wehrmacht zu den Lehrmeistern der Roten Armee wurden und schließlich von ihr geschlagen. 22. November 1942. Die Rote Armee schneidet die letzte Verbindung zu den deutschen Soldaten in Stalingrad ab. Da standen Flakbatterien und ich habe die gesehen durchs Glas und denke, da fährst du hin. Und da kam einer schon mir entgegen, um Gottes Willen, Mensch fahr da nicht hin. 88, ja, die sind deutsch, aber die Besatzung ist schon russisch. Da waren die schon hinten rum und da war mir klar so, jetzt ist die Bude zu. Eingeschlossen. Auch General von Seidlitz. Hitler hat den Soldaten in Stalingrad befohlen, sich einzuigeln, wie in Demjanz. Doch gerade Seidlitz weiß, Stalingrad ist nicht Demjanz. Über 200.000 Mann sind aus der Luft nicht zu versorgen. So entschließt er sich zu einem ungewöhnlichen Schritt, einer Denkschrift für seine Vorgesetzten. Es galt noch ein letztes Mal klar zu machen, dass unser Heil nur im sofortigen Ausbruch liegen könne. Und wenn es sein müsse, gegen Hitler. Am Schluss unserer Denkschrift forderten wir die Armee auf, sich die Handlungsfreiheit selbst zu nehmen, falls der Befehl zur Eingelung nicht aufgehoben würde. Es galt zu handeln, verantwortlich alleine dem Gewissen und dem deutschen Volke. So etwas hatte es noch nicht gegeben. Ein preußischer General fordert zum Ungehorsam gegen den obersten Kriegsherrn auf, aus Pflichtgefühl seinen Soldaten gegenüber. Bismarck hat mal gesagt, der preußische Offizier geht ohne zu zögern auf dem Schlachtfeld in den Tod. Aber wenn er eine Entscheidung treffen soll, die eine Verantwortung für längere Zeit bedeutet, dann fehlte sie im Erland Zivilcourage gegenüber seinen Vorgesetzten. Und genau das diese Zivilcourage hat Seil ist bewiesen. Als einer von wenigen. Die anderen Generäle kuschen, wieder besseres Wissen. Sie versprechen Hitler, den sowjetischen Ring um Stalingrad von außen zu sprengen. Das scheitert. Wir hörten in diesen kalten Nächten, das war es ja auch wieder so kalt, wenn auch nicht 40 Grad, den Gefechtslärm näher kommen. Und vom Weihnachtsabend an entfernte der sich wieder. Da wussten wir natürlich genau, was los war. Und wussten dann auch, wir hatten auszuhalten. Bis zur letzten Patrone, das war uns bekannt. Die Neuigkeiten aus Russland erreichen auch die Generäle im englischen Trendpark. Der kalte, hauchte Tarze. Wenn das so stimmt, was in den Zeitungen steht, dann ist... Dann ist die Wolga weg und dann ist Stalingrad weg. Wir müssen den Krieg gewinnen, sonst ist das Finis Germania. Es muss gut gehen, sonst ist das das Ende Deutschlands für Jahrhunderte. Jawohl. Durchhalten. Um jeden Preis. Und ohne Sinn. Die Soldaten in Stalingrad kämpfen weiter. Am 9. Januar 43 schreibt Walter von Seiblitz an seine Frau. Mein geliebtes Herze, du und die Kinder stehen jetzt immer vor mir auf dem Tisch. Und das hilft auch über manches hinweg, wenn man schier verzweifeln möchte. Leb wohl. Dunkel liegt noch alles vor uns. Ihr seid mein einziges Licht in dieser Zeit. Er hat wirklich nur damit gerechnet, dass er stirbt zum Schluss. Also nicht, dass er Selbstmord machen soll. Jemand war er überhaupt nicht. Das hätte seinem Verantwortungsgefühl auch nicht zugelassen. Er war ein sehr aufrechter Mensch, der sich selber immer irgendwie sehr treu geblieben ist. Also das finde ich im Nachhinein auch so, ja, das finde ich total liebenswert und anerkennenswert. Es rührt mich auch sehr. Fast 13 Jahre wird es dauern, bis Ingrid von Seidlitz ihren Vater wieder sieht, dann zurück aus russischer Gefangenschaft. Einen Mann, den dann immer noch viele Ewiggestrige als Verräter beschimpfen. Stalingrad, Ende Januar 1943. Ich wurde dadurch auf den Rücken geworfen und als ich mich wieder umdrehte, sah ich mein eigenes Blut. Es war ein bisschen hell und dann dachte ich, verdammt die Lunge. Da kam mein Schurmeister zu mir, nahm meine Hand, drückte mir die Pistole in die Hand und sagt, Herr Leutnant, in einer Stunde oder ganz bald oder irgendwann kommt der Russe, wir können sie ja nicht mitnehmen. Die Verwundung rettet Hans Erdmann Schönbeck womöglich das Leben. Mit einer der letzten Maschinen wird er doch noch aus Stalingrad ausgeflogen. Die Pistole und der Schurmeister sind im Kessel geblieben. Das Ende. Am 2. Februar 1943 kapitulieren die letzten Reste der 6. Armee. Offen gesagt, in meinem Verstand war eigentlich null. Ich habe nur gesehen, dass ich jetzt nicht von irgendeinem wieder ein Bewachen umgebracht werde. Für mich war das das Signal zu sagen, jetzt versuche ich auf jede mögliche anständige Weise durchzukommen, um zu überleben. Noch nicht mal ob nach Hause zu kommen, nur zu überleben. Was wartet auf diese Männer? 91.000 Wehrmachtsoldaten gehen in Stalingrad in Gefangenschaft. Nur 6.000 werden nach Hause zurückkehren. Unter ihnen Manfred Gusovius. Nach mehr als 10 Jahren Krieg und Gefangenschaft. Das rostische Wort Sudbar. Sudbar heißt so viel wie Schicksal. Das hat für mich eine ganz wesentlich nachvollziehbare Bedeutung, als ich es früher so dahin gesagt habe. Stalingrad. Noch mehr als das Ende einer Armee. Es gab nach Stalingrad keine deutsche Strategie mehr. Es galt nur noch Zeit zu gewinnen, dem Regime letzte Atempausen zu geben vor dem endgültigen Zusammenbruch. Und dieser Prozess zog sich dann über zwei Jahre hin und forderte etwa das Doppelte an Opfern, wie der Krieg bis 1943 gefordert hat. Die Wehrmacht kämpft weiter. Die Frage aufzugeben oder gar die Seite zu wechseln, stellt sich den allermeisten nicht. Ich war deutscher Offizier. Ich hätte es nicht geschafft. Wer kann es dazu nicht sagen. Heinz Otto Fausten wird 1943 verwundet und verliert ein Bein. Wofür? Ich hatte Verbandswechsel. Das war so unglaublich schmerzhaft. Es war nur auszuhalten. Die Schwester machte das, indem ich gegenüber der Wand den Postkarten groß das Bild vom Adolf hatte. Und dann habe ich die Hand ausgestreckt und habe gerufen, heil du Schwein. Sommer 1943. Bei Kursk greifen die Panzer der Wehrmacht noch ein letztes Mal an. Vergeblich. Nun sind aus den Jägern endgültig die Gejagten geworden. Zwei Jahre lang war die Wehrmacht in der Offensive gewesen, hatte entscheiden können, wann und wo sie angriff. Aber ab dem Sommer 1943 lag die Initiative allein bei der Roten Armee. Zu dieser Zeit in Trent Park. Unsere Lage ist hoffnungslos. Es ist ganz gleich, wo wir angreifen. Wir können nicht mehr vorwärts und gewinnen nichts. Unser Menschenmaterial in Russland ist nicht mehr dasselbe wie am Anfang der Offensive. Was verloren ist, ist nicht mehr zu ersetzen. Das Erstaunliche ist, dass einige von Ihnen ja schon 1943 erkennen, dieser Krieg ist verloren. Aber die Frage ist, welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? Die meisten sagen, Hitler ist schuld an dem Kriegsausgang. Andere Generäle sind schuld an dem Kriegsausgang. Ich selber nicht. Und es sind nur ganz, ganz wenige, die es schaffen, diese Hürde zu überspringen und zu sagen, nein, ich selber bin mit dafür verantwortlich für all das, was im deutschen Namen geschehen ist. Einer von diesen wenigen ist Walter von Seidlitz. In russischer Gefangenschaft bricht er endgültig mit Hitler. Im von den Sowjets organisierten Bund deutscher Offiziere ruft er seine Wehrmachtkameraden zum Sturz des NS-Regimes auf. Aus der bitteren Erkenntnis von Stalingott soll die rettende Tat hervorgehen. Tut das Notwendige, damit es nicht ohne euch oder gar gegen euch geschehe. Seidlitz bleibt immer, was er war. Ein konservativer Patriot. Mit Stalin will er nicht zusammenarbeiten. Von Hitler wird er in Abwesenheit zum Tode verurteilt. Wir waren uns auch bewusst, dass wir Verräter am Hitler-Regime waren. Aber wir sind nach wie vor stolz darauf, denn unser ganzes Streben war ja, den Selbstmord des Deutschen Reiches zu verhindern. Und diese fürchterliche Katastrophe über Deutschland hereingebrochen war schon, also möglichst abzukürzen. Ganz anders dagegen Heinz Guderian, der Panzerstratege. Er wird von Hitler 1943 wieder reaktiviert. Als Inspekteur der Panzertruppen und schließlich gar als Generalstabschef des Heeres. Nach dem Krieg wird er Berater beim Aufbau der Bundeswehr. Auch Karl Gottfried Vierkorn bekommt nach dem Krieg ein Angebot, in die Bundeswehr einzutreten. Doch er zieht einen Zivilberuf vor. Heinz Otto Fausten studiert nach 1945 Kunst, wird Lehrer und Schulleiter bei Koblenz. Hans Erdmann Schönbeck geht in die Automobilindustrie. Ihre Erlebnisse verfolgen sie bis heute. Der Krieg kommt immer hoch, wenn sie schlafen. Sie träumen. Sie träumen, sie müssen angreifen. Und sie hören das Rasseln der Panzerketten. Und sie spüren die Angst. Sie träumen sie bis heute. Viele davon wurden beschämt. Sie träumen sie bis heute. Sie träumen sie bis heute. Sie träumen sie bis heute. Sie träumen sie bis heute.